Sie haben den Mixer richtig verstanden. Ich bin Jude. Richtiger lebendiger Jude. Jude? Ich bin Dima. Dimitri Liebermann. Ja, ja, aber an mich russisch-jüdischen Pastdeutschen denken die meisten natürlich nicht, wenn sie das Wort Jude hören. Vielleicht liegt es daran. Weißt du, was man früher mit ihr gemacht hätte? Im deutschen Film werden Jude meistens nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Wir schlagen selten zurück. Oh, ist doch geil, oder? Direkt viel jüdischer, hm? Aber so ein Film ist das hier nicht. Ich... Spaß, Mann. ... ... ... ...